Es ist ein Duell David gegen Goliath. Auf der einen Seite dürrigeplagte Landwirte, Familien und Umweltorganisationen, auf der anderen Seite milliardenschwere Konzerne, Staaten oder gar die Europäische Union. Der Kampf gegen den Klimawandel verlagert sich zunehmend in die Gerichtssäle. Klimaklagen haben Hochkonjunktur. Aber was steckt eigentlich juristisch hinter diesen Verfahren und welche Chance auf Erfolg haben sie? Dazu in drei Minuten Umweltrecht. Hallo und herzlich willkommen zu drei Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl. Ich bin Anwalt bei Niederhubom Partner, Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht mit Sitz in Wien und Salzburg. Klagen für den Klimaschutz. Das Ziel der Kläger ist klar. Die Gerichte sollen nachholen, was die Politik vermeintlich verabsäumt hat. Aber so einfach, das sei vorweggenommen, ist das natürlich nicht. Climate Litigation lässt sich in zwei Kategorien teilen. Einerseits die zivilrechtlichen Klagen und andererseits rechtspolitische Verfahren. Die zivilrechtlichen Klagen zielen auf den Ersatz von Schäden, die durch die globale Erderhitzung verursacht wurden. Da ist zum Beispiel der Landwirt aus Peru, dessen Felder und Haus von einem immer stärker abschmelzenden Gletscher überflutet werden zu drohen. Dieser Landwirt geht nun gerichtlich gegen den deutschen Energiekonzern RWE, einen CO2-Großemittenten, vor und verklagt diesen auf Schadenersatz für die zu treffenden Schutzmaßnahmen. Das Verfahren ist noch anhängig. Es kann aber hier schon gesagt werden, dass der Kläger den Kausalnachweis zu erbringen hat. Das heißt, er hat nachzuweisen, dass der CO2-Ausstoß der RWE kausal ursächlich für die von ihm zu treffenden Schutzmaßnahmen ist. Das ist, wie man sich vorstellen kann, ein schwieriges Unterfangen. Die zweite Kategorie der Klimaklagen, die rechtspolitischen Verfahren, haben eine andere Zielrichtung. Hier geht es nicht darum, entstehende oder entstandene Schäden auszugleichen, sondern darum, strengere Klimaschutzgesetze zu ermöglichen. Beklagte sind hier nicht die CO2-Emittenten, sondern sind die Gesetzgeber. Ein bekanntes Beispiel für solche rechtspolitischen Verfahren ist die Rechtssache Urgenda. Die NGO Urgenda hat den niederländischen Staat verklagt, damit dieser seine CO2-Einsparungsziele erhöht. Das niederländische Höchstgericht hat der NGO im Dezember 2019 auch Recht gegeben. Eine vergleichbare Klage gegen die EU, die Rechtssache Cavallo, ist allerdings vor der ersten Instanz des Europäischen Gerichtshofs gescheitert. Das Gericht hat argumentiert, dass es den Klägern an der für die Zulässigkeit notwendige individuellen Betroffenheit gemangelt hat. Das Gericht argumentiert im Kern, dass jeder vom Klimawandel auf die eine oder auf die andere Art betroffen sei. Auch in Österreich stehen die ersten Klimaklagen in den Staatlöchern. Greenpeace hat angekündigt, gegen die aus ihrer Sicht zu lasche nationale Klimagesetzgebung vor dem Verfassungsgerichtshof vorzugehen. Auch hier wird die Frage der Zulässigkeit eine entscheidende Rolle spielen. Sie sehen also, die Erfolgsbilanz der Klimaklagen ist zurzeit noch durchwachsen. Die Botschaft dürfte aber angekommen sein. So hat die neue Kommission unter Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt, dass die EU im Jahr 2050 klimaneutral sein soll. Und auch Österreich hat sich in dieser Hinsicht ambitionierte Ziele gesteckt. Die Klimaneutralität soll in Österreich bereits im Jahr 2040 Realität sein.